Wie lange sollen sie sie denn nehmen? Bis nach dem Baby? Na, sie nehmen sie, solange sie wollen. Nein, sowas. Nun schau sich einer das Mädchen an. Na, komm zu mir. Ich mag dich doch mal genauer ansehen. Sie wird arbeiten? Dann frisst sie jetzt euch die Haare vom Kopf. Nun, essen wir nicht alle in Schüben, weil wir ja wachsen? Wir haben das Kind sehr gerne hier. Sion? Ah, Kite geht jetzt ins Bett. Kite! Kite! Du darfst nicht ohne was zu sagen weglaufen. Hast du verstanden, Mädchen? Du brauchst keine Angst zu haben. Wusstest du das gar nicht? Was denn? Das mit dem Sohn, du Dummkopf. Der arme Bengel. Na, deine Mami ist aber lieb zu dir. Redet nicht so viel, das kleine Ding. Sie sagt so viel, wie nötig ist. Na, wenn du meine Tochter wärst, ich ließ dich niemals bei Fremden zurück. Na los hier. Machst du das mal. Denk daran, Kleiner. Du musst nicht reden. Das darfst du nie vergessen, Kind. So viele haben die Gelegenheit verpasst, einfach zu schweigen. Und deswegen sehr viel verloren. Und es hilft, die madre. nung. Du kannst aber auf Wesley protectant. Der ... Weil er war nicht immer wieder, um eine Zu